Alles schön verkabelt. Wow, ich herrn, ich herrn! Oh, ne Steinachst, wie süß! Ha! Oh, endlich gewinn ich mal in der Aufnahme! Hey Leute und herzlich willkommen zu der dritten Aufnahme von Let's Play Minecraft Survival Games. Und heute ist ein Hintergrund dabei, der... Justin... Ey... Wir spielen auf dem Server von GOMHD, aber das wird sich bald ändern, weil... weil ist so. Weil ich einfach mal einen anderen Server ausprobieren will. Oh, Steinschwert! So, fängt ja schon mal gut an. Dann laufen wir dort einfach mal den Tunnel entlang und hoffen, dass wir noch ein bisschen gute Rüstungen finden. Was hast du alles für Zeug? Ich hab momentan eine Schaufel, einen Steinschwert und drei Pfeile. Also Schwert ist ja schon mal gut. Jo. Jetzt wird's nur noch Essen und Rüstung. Und Verwundbarkeit ist zu Ende. Und mir ist keiner... Und jetzt schon bist du gearscht. Hä? Glaub ich irgendwelche Schimpfwörter sagen? Nein, ne? Hm, übertreib einfach nicht. Oh. Wir sind hier nicht bei Allotrix. 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 Ich bin aber ein Allotrix-Fanboy. Ich weiß. Allotrix stinkt nach Toilettenwagen. Oh. Oh. Das hätt ich nicht tun sollen. Oh. Oh. Heißt einer? Weißerei? Ah, nein. Und die... Immer müssen die rennen. Jedes Mal dasselbe. Wirst du schon gearscht? Ach so, ne du... Volk sein. Ja. Scheiße, ich hätte das live übertragen müssen. Wenn du siehst, was ich hier sehe. Das wär cool. Ja, wir machen Livestream-Aufnahme. Ja, genau. Ja. Hätt ich machen müssen. Oh, da ist ja noch einer. YOLO. YOLO. Das ist dann... Hab ich gerade angesagt. Da ist noch einer. Und ich lauf ihn hinterher und ich werde ihn töten. Was denn da? Ach, da war der! Hab ich gar nicht gesehen. LOL. Ich bleib einfach mal geschleicht und warte, dass der aus einem Loch rauskommt. Ich hoffe, der bleibt dort nicht allzu lange. Und da komm ich auch. Haha. Junge. Ja, ich bin... Doppelkill für Tobias1309. Hey. Oh. Irgendwann bist du auch noch in Minecraft LP dabei. Ja, irgendwann. Ich bin ganz faul an 4T zu gehen. Wow. Nein! Mich hat ein Team ausgeleucht. Warte, dort... We started grad ein Server. Lass ich einfach mal alles live drinne. Komm, ich kanns. Und da... Schwierig, verkackt. Jo. Äh... Ein bisschen lass mich reinkommen, bitte. So. Komm. Ach, geh sterben, Bommel. Dein Server ist unreif. Okay, ich mach hier an der Stelle meinen kleinen Cut und bin gleich wieder da. Ciao. Willkommen zurück zu Survival Games. In der letzten Aufnahme sind wir ja durch ein Team gestorben und das möchte ich jetzt unbedingt verhindern. Hallo. Hallo. Der Justin ist immer noch im Hintergrund dabei und spielt sein... Ja, ich spiel mit ihm. Genau. Und er spielt sein Spiel. Drei, zwei, eins. Wow, vier Fische. Leck mich. Oh, alter, geil. Ich hatte voll gelockt. Was ist jetzt schon wieder? Ja. Ja. Einfach schon bei dir gerade im Hintergrund. Der mich überhaupt nicht abpackt, aber er ist leise. Ach so. Hoffe ich doch. Ich lauf hier einfach mal in die Landschaft und hoffe, dass ich auch welche Kisten finde. Oh, dort ist mein erstes Opfer. Aber ähm, hier ist der, ähm, Egg-Pod. I-Pod. Ach, ist der witzig. Diese Ratte flieht aber, der entkommt mir nicht. Ne. Leckt es gerade? Ne. Ja, natürlich. Wie, keine? Der hat echt keine Freunde. Aber den krieg ich noch. Ich komm immer näher. Okay. Naja. Wohl eher nicht. Wer weiß, dass ich ihn überlegen bin. Geistig und auch körperlich. Und auch von den Waffen her. Ja. Ah, da oben steht einer. Da oben steht einer. Da oben steht einer. Oha, oben steht einer. Ja, da oben steht einer. Jetzt hab ich auch noch, äh, Egg-Pod. Dass der auch noch stehen bleibt, dass der stehen bleibt und mir zuguckt, ey. Es rennt da nicht ein Baum vor. So ein Trottel. Ja, den ist aber schon klar, dass er da nur noch unterspringen kann. Ja, der ist hochgerannt. Geil. Ha! Und jetzt sind seine Sachen mein. Na ja, noch 16 Spieler sind's übrig. Ich hoffe, ich finde da noch ein Schwert. Wie sieht's aus? Äh, ganz gut. Ich hab nur Steinspitzsacke und genug Essen. Ja, scheiße. Nur Rüstung hab ich nicht. Ich vermisse Wise Minimap. Boah, da sind so viele Pilze. Auf der Hive, oder wie der Server Hive heißt, von denen kommt ja auch bald noch ein Video. Dort kann man auch diese eigenen Teile kriegen, diese Schüsseln. Und in so einer Map ist das richtig nützlich. Aber wir sind auch... Ja, was denn das? Bringt das? Juppsüsseln. Achso, ja, bringt Essen halt, ne? Pilzjuppen. Achso, ja, perfekt. Ja, und in der Map, wo viele Pilze sind, dort, bringt das halt was. Ja, Jolo. Jolo. Das war ja Jolo-Runde. Ah, ein Ei. Oh, jetzt fehlt mir nur noch ein anderes Ei. 2 Eier. 2 Eier. Eieiei. Eieiei. Ah, ich seh irgendeinen Turm. Aber dort ist bestimmt schon jemand gewesen. Ne, das ist... Was ist nicht da? Loi. Ich geh dort einfach mal hin. Kostet... Es kostet ja nix lang, das mein Sohn. Ich hoffe, da ist noch irgendjemand, den ich töten kann. Ey, dann hat mir das wenigstens Survival Points gegeben. Oder sterbe wieder gegen einen, der mit Faust kämpft. Ja, jetzt will ich... Was machst du im Hintergrund? Und zwei Karten. Achso. Und... Und verkacken. Was kacken? Weil ich grad sniped. Weil ich grad sniped. So. Na dann. Oh, was ist denn das für ein... Alter. Ist das nur Messie-Chaos-Edition oder was? Hm. Na ja. Ich laufe dann mal in Richtung Richtung Richtung. Wann können sich die Thronen neu nach eigentlich? Wann können sich die Thronen neu nach eigentlich? Wann können sich die Thronen neu nach eigentlich? Dann können sich die Thronen neu nacheignen. Äh, Nacht. Nee, das ist ja ein Baum. Stimmt das? Ja, ein Lager, stimmt. Nein, das benutze ich nicht. Was? So, jetzt will ich mal kurz den Sporn absichern. Ich hoffe, ich finde dort ein Eisenschwert oder ähnliches. Ist ja noch irgendwas in den Küsten, was ein normaler Tobi braucht. Ja, außer ein paar Pilzen, war nix. Naja, ich lock mir ein paar Leute zum Sporn. Oder andererseits. Ey, YOLO, komm, ich geh dort oben lang. YOLO Style! Woop, 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 woop. Halt die... Halt halt last den Style. Ja. Nix, nix. Nee, hier oben ist nix. Ich hab' das Pumpfläche gemacht. Ich muss spawnen, damit ich ihn... ...exikotieren kann, um mich mal gepflegt aufzudrücken. Oder dega... dega... bleh. Dengradieren. Ach. Scheiße. Du bist auf dem Gymnasium, wo darfst schlau sein. Okay. Oder schlau reden. Ja, jetzt müssen aber langsam mal andere kommen. Ach ja, ich verlinke übrigens deinen Kanal in der Beschreibung. Weil, weil... Vielleicht mal doch an. Ja und? Ja und wann? Tu doch an. Ach stimmt, ich hab ja bald meinen Tauern. Die YOLO ist doch noch. Ja. Was denn? Darf ich das sagen? Konfa. Konfa? Ach ne, jetzt hab ich das eben schon gesagt. Nein, ich hab' das auch schon gesagt. Klasten hatten nämlich Konfa. Ich bin auch dabei auf der Klasten. Ach ja, morgen. Wir werden uns so tot saufen, dass wir besoffen im Graben liegen. Tod saufen, dass wir besoffen im Graben liegen. Ja, ja, ja. Ah, es war dunkel. Oh, komm, ich bin Osk voll. Ich werfe auch meine Eier weg. Oh, komm, ich lebe nach. Ich finde diesen Pum der drüben geil. Schauen, wo sie wüssten sind, ich glaube, da war so ein bisschen... Nee, die Kuhn... Alter, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie dort unten... Ob dort unten irgendwie eine Nachricht kommt, wann die Kuhn... So, ne, ja, ich glaube, steht da. Alter, Leute, ich will endlich, dass die Kuhn aufgefüllt werden, damit ich ein Schwert bekomme, und rumlaufen kann, und weitere Kuhn suchen kann, und ne volle Dierrüstung finden... Und das, wenn du ein Diamantschwert findest und wieder verkackt werden lässt... Ach, die Kuhn werden aufgefüllt! Ist kein Schwert! Ey, ich hab ein Steinschwert, YOLO! Oh, ich hab's weggeschmissen! Diamantenschwitzer, aktuell neu! So! Wer ist noch da? Drückt, hab du Spaß! So, YOLO! Jetzt werde ich ja sterben! Am besten, ich versteck mich da irgendwo, warte auf Leute! So! Nein! Egal! Andererseits, das Warten aufsteigen! Ich vorletzt... Also, das wird mir sehr langweil, wie eine Folge! Ich vorletzt... Ja, hallo, wir müssen uns die Allotricks machen, dass ich die ganze Zeit Rage nebenbei... Oh! ... was die Allotricks machen, dass ich die ganze Zeit Rage nebenbei... Hey, Leute! Was geht? Enderfax ist hier! Und jetzt, wenn wir erstmal eure Tipp in die Hand... ... dann ist alles in Ordnung! Du hast echt keine Ahnung! Du hast aber nichts in Ordnung, weil ich ein Emo bin! Ich bin ein Emo-Arsch! Lass mich! Boah, noch was ist hier... Das... Alter, wo sind denn ihr Leute? Gib kurz! Sporn! Und nur noch... 9! Du bist noch am Leben! Du bist noch am Leben! 9! 9! Du bist noch am Leben! Ja! X minus 130! Also, den werde ich als Eishalb suchen! Oh, ich hoffe, warum die immer so weit von Sporn weglaufen müssen! Ja! Ich finde das immer so schlimm! Also, ich... Sorry, ich kann aber nicht widerstehen! Was denn? Ist doch gut, ist doch gut, wenn... Was denn? Was denn? Was denn? Nein! Alter, frisst du gerade? Du fette Stück Scheiße, ne? Nein! YOLO! Komm! Ich bin vom Baum gesprungen! Scheiße, ich hasse eigentlich diesen YOLO heute! Hä? Ach so, dort geht's noch! Okay... X minus... X minus 300! I can't wait for your touch! Ey! Okay! Lass meinen Infosong aussehen! Ich spiele... Nein! Ich weiß jetzt, dass du schon als... Ich tatsche mich halt gerne! ... als Trailer... ... an den Anfang kommt! Er hat das eben gerade! Ach so! Ah, Fähne! Ah! Kann man einrichten! Jemen! Oh! Oh! Scheiße, die Folge hat dann wieder Überlänge! Oh! 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 Ich hab ja schon vorher ne Folge aufgenommen! Die war ungefähr 4 oder 5 Minuten! Und das ja ist schon... Ach, scheiße! Aber das ist die... Weitem Bildschirm? Seit wann hast du den zweiten Bildschirm? Keine Ahnung! Ich hätte... Also mein Fernseher ist mein zweiten Bildschirm! Okay! Mach doch dran! Und sich verarscht! Jop! Oh ja! Alles schön verkabelt! Oha! Ich leine! Ich leine! Oh ne Steinachst! Wie süß! Ha! Oh! Endlich gewinne ich mal in der Aufnahme! Junge! Oh ne! Oder wie ich gewinne mache ich... Ne! Das soll ja immer etwas Spannung ergeben! Was an... Also... Der Anfang soll immer etwas Spannung ergeben! Etwas Spannend ergeben! Dass man Bock hat das noch weiter zu gucken! Oh! Ich bin halt ein... Ein... Ausländer! Lass mich! Ey! Ich war jetzt wirklich nur noch irgendwo so... Das ist ne Anbieter! Dann komm! Halt du! Wo bist du? Gott, Alter! X3! Ach ja, der! Hier ist 300! Hammer! PS nehme auf! PPS! Persönlich! Persönlich! Es! Nehme auf! Ja! Ich habe einen Rechtschreibfehler gemacht! Und habe einfach zu schnell geschwiegen! Geh mal in deinen scheißer Postel ab! Oh Alter! Lass mich! Oh mein Gott! Ich habe einen scheiß so! Minus 25! Ben, ich will heute noch fertig werden! Jo! Soll ich mit einer Diamantenspitze oder mit einem Steinspitze kämpfen? Dann mach ich das wohl. Oder übel. Ich hörte jetzt, werd ich eh verlieren, aber komm. Nicht attackier den einfach mal ganz pussy-like. Das ist fein. Ich sehe seinen Arm. Ich bin keine Pussy. Ha ha ha. Ha ha. Leike Pussy. Null, der kommt doch nicht raus, alter. Das kommt auf jeden Fall. Äh, wie jetzt? Kann sein. Äh, am Anfang meinte ich. Ja, ich gewinne, ich gewinne, ich gewinne, ich gewinne. Was? Nein! Doch, ich hab gewonnen! Geil! Hi! Das erste Mal gewonnen! Super! Oh, keine Ahnung. Ich guck kurz bei Outer City. Oh, das war ne 20 Minuten Folge oder so. Naja, ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns ganz einfach bei der nächsten Aufnahme. Tschau! Größern. Toll. アー Perdisch. ... ... Vielen Dank.